Und wir sind hier wieder, hier ist der Nationalmutter-Podcast von Ralko Schmidt, die 2004. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und alles neu heute und ich hoffe, keiner hat es gemerkt. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, vor etwas längerer Zeit ist die Firma, wo mein Nachtzug nach Hamburg gespeichert war, gehackt worden, was an sich schon schlimm genug ist. Aber noch viel schlimmer, diese Firma hatte keine Datensicherung und deswegen sind ganz viele Nachtzug nach Hamburg Folgen flöten gegangen. Von den 2004 Nachtzug nach Hamburg Folgen gibt es noch um die 500. Und die Firma, die hat dann noch so ein bisschen weitergemacht, aber nun kürzlich bekam ich eine E-Mail, dass diese Firma den Betrieb einstellt. Und es ist für mich ein Hobby. Ich beschäftige mich nicht 24 Stunden am Tag mit meinem Podcast und hatte erstmal gar keine Ahnung, wohin nun. Zum 30.11. machen sie dicht, haben sie mir geschrieben und ich wollte, dass es ja für euch nahtlos weitergeht und habe dann verschiedene Leute einfach angemailt, die solche Hosting-Services betreiben. Und ich bin so happy, ich bin bei let'scast.fm gelandet. Ich habe den Jungs einfach geschrieben, könnt ihr mir helfen beim Umzug meiner Daten von meinem alten Anbieter zum neuen. Und gestern Abend noch nach 21 Uhr haben die sich um die Sachen gekümmert, haben die Sachen rumkopiert und die Dateien rübergeholt. Und haben dafür gesorgt, dass unter der alten Adresse praktisch eine Umleitung eingefügt wird. Fragt mich jetzt nicht so genau, wie sie es gemacht haben, aber letztlich ist, wenn ihr diese Folge hören könnt, alles abgeschlossen. Ihr habt ja bei euch an den Einstellungen nichts geändert. Und bei der Gelegenheit habe ich dann gleich noch geschaut, ja Mensch Reiko, wenn du schon mal ab und zu einen Podcast machst, dann sollen ihn doch möglichst viele hören können. Bisher war ich ja nur bei Spotify, Apple und Deezer vertreten. Seit heute auch bei Amazon Podcasts, bei Google Podcasts, bei Samsung Podcasts. Fragt mich, ich habe bestimmt bei 20, vielleicht auch mehr Diensten diesen Podcast angemeldet. Also, falls ihr schon immer nach einer Möglichkeit gesucht habt, mich vielleicht auf einer anderen Plattform zu hören, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit garantiert. Und wenn ihr mich auf irgendeiner Plattform vermisst, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an nachtzug.email.de. Denn die neue Webseite, die damit auch einhergeht, natürlich unter der alten Adresse, vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen, dass sie ein bisschen moderner aussieht jetzt. Die neue Webseite hat keine Möglichkeit mehr, einen Kommentar pro Folge zu hinterlassen. Was einerseits schade ist, weil manche Kommentare, manche langen Kommentar-Battles, die es in der Vergangenheit gab, werde ich wahrscheinlich vermissen. Andererseits schnell mal eine E-Mail geschickt, in der heutigen Zeit mit dem iPhone in der Hand direkt drauf gesprochen. Oder einfach diktiert und weggebeamt, geht genauso wunderbar. Und ihr tut mir natürlich mit eurem Feedback jedes Mal einen Gefallen. Und auch neu, ich habe heute ein neues Computerchen, mit dem ich den Nachtzug nach Hamburg produziere. Ich weiß noch nicht, wie sich das gleich anhören lässt. Ich benutze die eingebauten Mikrofone. Angeblich sind sechs Mikrofone hier in diesem neuen MacBook Pro eingebaut. Ich bin gleich sehr gespannt, wie es sich anhört. Ich werde es mir auch mal selber anhören. Und natürlich jetzt die große Bitte zum Schluss. Wenn ihr vor allem die Folgen 1 bis 1500, da gibt es noch große Lücken, wenn ihr also zufällig Sammler seid und meine ganz alten Podcast-Folgen irgendwo noch habt, auf einer Festplatte, schaut gerne mal nach. NNH ist ja ein schöner Suchbegriff für einen Dateinamen, sollte man also recht rasch finden. Ich freue mich, wenn ich die Sammlung wieder so komplett wie möglich bekomme. Gerade so eine Sachen wie die Nachtzug nach Hamburg-Folge, wo ich Steve Jobs interviewt habe, die hätte ich natürlich sehr gerne wieder. Oder es gab mal eine Geburtstagsfolge von mir, da war ich so betrunken, lag schon im Bett und meine Gäste haben einen Podcast gemacht. Und weil Simi die Zugangsdaten hat, hat sie alles hochgeladen. Das war die Oktoberfest-Folge. Da war ein Stimmen-Imitator dabei. Das ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Also ich bitte euch, schaut gerne mal auf eure Festplatten. Wenn ihr noch alte Dateien findet, schreibt mir einfach. Ich sage euch dann schon, wie die am besten zu mir kommen, wenn ihr technisch vielleicht nicht so richtig wisst, wie die Sachen dann an mich geraten können. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich bin gespannt über euren Feedback, wie ihr die neue Webseite findet, wie die Sprachqualität ist. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das ist ein Himmel.